Du möchtest deine Farben vielleicht noch ein bisschen brillanter wirken lassen, beziehungsweise sie sollen noch ein bisschen mehr scheinen in deinem Foto? Ich zeig dir, wie du deine Farben gut bearbeiten kannst, dass die am Ende auch wirklich gut herausstechen und das alles in diesem Video. Und an dieser Stelle auch nochmal eine ganz kurze Erinnerung an den Adventskalender, falls du es noch nicht getan hast, obwohl wir jetzt schon so lange daran erinnern. In dem ersten Link in der Videobeschreibung kannst du dich anmelden, einfach deine E-Mail-Adresse einmal angeben, dann bist du in den Verlosungen mit dabei. Heute gibt es zweimal die Lizenz für Radiant Photo zu gewinnen. Radiant Photo ist eine Software, mit dem du deine Fotos bearbeiten lassen kannst und zwar automatisch. Du ziehst sie einfach nur rein und dann wird automatisch das Foto wirklich sehr, sehr gut bearbeitet und zwar auch wirklich so, dass du keine ausgefressenen Stellen irgendwie im Himmel hast zum Beispiel oder irgendwelche abgesoffenen Tiefen im Vordergrund. Also all das funktioniert richtig gut und ich nutze es zum Beispiel sehr, sehr gerne, bevor ich in Lightroom reingehe, weil ich dann einfach schon so eine Grundarbeit gemacht bekommen habe, ohne dass ich sie selber machen muss und kann dann einfach nur noch die kleinen, feinen Tweaks in Lightroom machen. Soviel also dazu. Das kannst du heute gewinnen. Du musst dich, wie gesagt, einfach nur anmelden und dann geht es direkt los. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß mit diesem Video. Ich habe jetzt dieses Bild hier mal geöffnet. Das ist ein Bild, was ja noch so ein bisschen mehr Farbigkeit vertragen könnte, meiner Meinung nach. Das habe ich jetzt hier mal als Smart-Objekt geöffnet in Photoshop. Das werde ich jetzt hier auch einfach einmal kopieren und die Kopie davon, die packen wir nach unten und die muss auch kein Smart-Objekt mehr sein. Das heißt, das können wir jetzt einfach rastern. Das ist einfach nur, damit wir später nochmal vergleichen können, wie sah es vorher aus, wie sieht es danach aus. Und jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten, wie ich meine Farben noch etwas mehr zum Glänzen bringen kann. Es gibt zum einen die Möglichkeit, natürlich mehr Sättigung reinzubringen, sowohl gesamt in dem Bild. Wir können aber auch einzelne Farbkanäle verändern. Und wir können natürlich zum Dritten auch noch mit den Helligkeiten spielen und damit mehr Kontrast aufbauen, bestimmte Farben mehr zum Glänzen bringen, indem wir sie heller machen oder abdunkeln, um sie ein bisschen zu dezenter zu machen. Also da haben wir verschiedene Möglichkeiten und ich möchte dir jetzt einfach mal ein paar davon zeigen. Zum einen hier in der Korrekturenpalette natürlich gibt es hier Dynamik. Dynamik, da haben wir einmal den Sättigungsregler. Wenn ich den nach oben stelle, dann werden alle Farben gesättigt. Finde ich persönlich immer nicht so schön. Dynamik ist da ein bisschen besser, weil sehr stark gesättigte Farben davon ausgelassen werden. Also da werden wirklich nur die nicht gesättigten Farben dann noch ein bisschen erhöht. Das sieht schon wesentlich besser aus. Für das menschliche Auge würde ich jetzt hier einfach mal so auf plus 15 stellen. Also das hilft auch dem gesamten Bild. Das ist mal eine Sache, die man ändern kann. Dann als nächstes könnten wir mal in die Farbton-Sättigung-Ebene hier reingehen. Und hier habe ich jetzt schon die Möglichkeit, aus sechs verschiedenen Farbkanälen mir die richtigen Farbkanäle auszusuchen und diese dann entsprechend zu bearbeiten. Ich möchte jetzt hier zum Beispiel dieses Grün mal so ein bisschen nehmen. Jetzt könnte man sagen, ja okay, ich bearbeite jetzt hier die Grüntöne. Oder aber ich gehe hier einmal rein und nehme hier so ein Pipetten-Werkzeug. Und dann habe ich hier auch genau das Richtige dann entsprechend ausgewählt. Jetzt könnte ich jetzt hier zum Beispiel die Sättigung noch einstellen. Würde ich ein ganz kleines bisschen nur machen, nicht zu viel, sonst übertreiben wir da schnell. Und gleichzeitig kann ich hier zum Beispiel auch noch die Helligkeit einstellen. Und dann siehst du hier auch sehr schön, wie ich jetzt hier das Grün dunkler machen kann oder auch entsprechend heller. Würde ich jetzt hier an der Stelle nicht machen. Dafür gehe ich jetzt gleich aber nochmal in Camera Raw rein. Und in Camera Raw kann ich reingehen, indem ich jetzt hier einmal doppelt auf dieses Bild klicke. Dann bin ich sofort in Camera Raw drin. Und dann haben wir hier auf der rechten Seite unsere ganzen Paletten, die wir natürlich auch so ähnlich zumindest aus Lightroom kennen. Und ich würde jetzt hier mal in den Farbmischer reingehen. Hier haben wir unsere HSL-Tabelle. Da können wir den Farbton, die Sättigung und die Luminanz einstellen. Und zwar diesmal nicht nur von sechs Farbkanälen, sondern von acht Farbkanälen. Also hier haben wir einfach noch zwei mehr. Von daher ist Camera Raw tatsächlich sogar noch ein Stück weit besser als die Korrekturebene Farbton-Sättigung. Und ich könnte jetzt hier einfach mal anfangen mit den Farbtönen. Ich könnte sagen, ich möchte die Grüntöne noch so ein kleines bisschen mehr Richtung Gelb verschieben. Die Gelbtöne so ein kleines bisschen mehr Richtung Grün. Also das möchte ich noch so ein bisschen angleichen alles. Ja, die Blautöne können auch so ein bisschen mehr Richtung Aquamarin gezogen werden. Und die Aquamarin-Töne noch so ein bisschen mehr Richtung Blau. Damit wir hier einfach so ein bisschen mehr Differenz drin haben zwischen den Grün- und den Blautönen. Das finde ich schon mal ganz gut. Jetzt könnte man in die Sättigung reingehen und zum Beispiel sagen, ja, Grün könnte man jetzt hier noch ein bisschen mehr sättigen. Da sieht man immer ganz gut, was passiert. Sättige ich noch ein bisschen mehr. Wir haben hier auch viele Gelbtöne drin. Und deswegen darf man immer nicht vergessen, auch die Gelbtöne kann man hier sehr gut sättigen. Das sieht man auch immer ganz gut, wenn man sie komplett entsättigt. Die können noch ein bisschen mehr rein. Und dann gehe ich als nächstes in die Luminanz. Und in der Luminanz, da kann ich jetzt tatsächlich hier mal wirklich noch so ein bisschen Kontrast schon aufbauen. Zum Beispiel hier in den Grüntönen, wenn ich jetzt die Luminanz hier nach oben stelle, dann siehst du auch schon, wie hier bestimmte Bereiche einfach heller werden. Und dadurch die Farbe so ein bisschen mehr poppt einfach. Das sieht richtig gut aus. Und genauso kann ich das auch mit den Gelbwerten machen. Da passiert aber nicht ganz so viel. Und hier auf der anderen Seite könnte ich jetzt Aquamarin noch ein bisschen abdunkeln. Ja, gerade für den Himmelsbereich sieht das hier noch ganz gut aus, wenn wir das so ein bisschen dunkler machen. Und dann könnte ich hier noch in die Gradationskurve reingehen. Und jetzt hier an dieser Stelle zum Beispiel noch ein bisschen Kontrast aufbauen. Das heißt, ich möchte jetzt hier die dunklen Bildbereiche noch etwas aufhellen. Man sieht es ja auch sehr schön hier. Das ganze Bild ist ja so ein kleines bisschen unterbelichtet. Wenn ich das jetzt hier mal in den Tiefen so ein bisschen aufhelle, dann sieht man das hier sehr schön. Gleichzeitig möchte ich die ganz dunklen Bildbereiche davon nicht so betroffen machen. Also da möchte ich es wieder so ein bisschen Kontrast aufbauen. Ja, nicht zu viel. Ich übertreibe das jetzt hier alles immer ein bisschen, damit man es besser für das Video sieht. Aber für dich zu Hause in der Bildbearbeitung ist es natürlich wichtig, dass man das jetzt nicht ganz so doll übertreibt. Ein kleines bisschen können wir hier noch mit reinbringen. Und jetzt haben wir hier auch mit Kontrast nochmal gearbeitet, um an dieser Stelle hier das Ganze natürlich auch nochmal so ein bisschen hervorzubringen. Und ich finde, im Gesamtergebnis, wenn ich jetzt hier mal auf OK klicke und mal Photoshop kurz arbeiten lasse, um das Gesamtergebnis dir mal anzuzeigen, dann finde ich, sieht das Ganze doch schon richtig gut aus jetzt hier am Ende. So sah das Bild vorher aus und das haben wir jetzt mit unserer Bearbeitung daraus gemacht. Und da sind die Farben jetzt richtig schön herausgekommen. Einmal natürlich dadurch, dass wir die Farben an sich etwas mehr mit Dynamik versehen haben und natürlich auch die einzelnen Farbkanäle. Auf der anderen Seite dann auch später nochmal mit dem Kontrast. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du kannst in Zukunft deine Farben vielleicht noch ein bisschen besser hinbekommen in deinen Fotos. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du einen Daumen nach oben gibst und wenn du natürlich auch den Kanal abonnierst, weil morgen gibt es noch eine letzte Verlosung im Adventskalender. Und da ist auf jeden Fall was richtig cooles mit am Start. Kann ich dir schon mal so viel sagen. Vielleicht hast du ja auch heute schon Glück und alles, was du dafür tun musst, ist ja tatsächlich einfach nur, dich einmal zu registrieren. Dann bist du automatisch heute und auch morgen mit dabei. Wir sehen uns morgen zum letzten Video wieder. Bis dahin, mach's gut und ciao. Oh ja. Und da sind vi. Und da sind die Denise monsters. Und da sind die tumba должlich. Wie imouts und bei Tag ein bisschen, wenn GitOO-FS rum. Nee, die möchte ja auch schon mal. fourteen, Vampalds gibt's, da sind die Baby kann ja natürlich auch gut很好. Vielen Dank.